Ok, wir müssen die Tübe irgendwie loswerden, ohne dass wir uns entdeckt. Hier drunter? Ok, wir haben den Schlüssel, aber nicht mehr lange. Ich höre ihn kommen. Bin ich da? Bin gar nicht da. Oh scheiße, nein. Bin nicht da, 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 bin nicht da. Nein. Geh weg. Geh weg. Da muss hin. Die Bösung wird bestimmt noch mal kommen. Ab jetzt was. Ich höre ihn grad nicht. Na komm, hoch hier. Durch hier. Weg hier. Weg hier. Weg von dem Kruse Monster. Der Besonkel soll uns nicht kriegen. Besonkel, Besonkel, Besonkel. Nein, 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 nein. Wohin? Wohin? Nein, 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 nein. Scheiße. Böse. Böse Tante. Da kommt die Tür, haben wir doch schon. So weiter hier. Dann müssen wir nur schnell hoch. Habe ich verstanden. Nein, nicht feststecken. Und hoch hier. Und hoch hier. Und hoch hier. Fenster hoch. Und da durch. Und weg hier. Ab dafür. Hier. Das ist ein Gemälde. Das muss. Nichts. Ab durch die Mitte. Puh. Geschafft. Wie es ausschaut. Positiv bekommen. Das letzte muss das gewesen sein. Kann man zu Ende puzzeln. Sehr schön. Und die letzte Wurzel. Oha. Oha. Sprecherpunkt. Okay, hier kann ich mich verstecken. Okay, was passiert hier? Ich werde mal hier rüber. Das Kind selbst hat man nur am Anfang mal kurz gesehen. Als ob. What the fuck? Jetzt von der Mama hochgehoben worden. Ach du Scheiße! Nein, 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 nein. Bin nicht hier. Holy crap! Das dritte Kappel haben wir jetzt hier. Es wird gruselig zum Ende hin. Das dritte Tor, das dritte Portalstück. Sammeln wir uns jetzt hier. Oha, langsam voran. Okay, bin ich gut. Oh, ich sehe ein Buch. Nein. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier. Bin ich da. Bin ich da. Bin ich da. Du siehst mich nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Böse Tanze. rein hier ja mal zählen Okay, Böse Tant weg. Jetzt darf die Böse Tant nicht kommen. Ach komm, mach doch nicht so einen. Mach doch nicht diesen. Ich habe Angst, sagte der Böse Tant. Der Böse Tant schlief und schlief. Sie schlief so viel, dass ihre Träume schlief die Böse. Sie schlief die Böse. Ah, wieder hier. Da scheint der Schlüssel und Ankerpunkt des ganzen Abends zu sein. Die Hütter. Oh, der Tant hat mich erschreckt gerade. Und wir können zusammen spielen. All the time. Okay, das Buch. Okay. Wir sind sehr nahe zu ihr. Das dritte Ding. Oh, sie muss sich so über dich beschäftigen. Okay. Und das vierte Teilstück. Zu dem großen Endportal. Das heben wir uns für den nächsten Stream auf. Es ist nicht mehr viel. Da werden wir wahrscheinlich nur noch ein Spin-Titon spielen. Aber ja. So, auf geht's, Mami. Und Bunny. Ich nehme Bunny mit. Kann ich Lampy auch noch mitnehmen? Ja, aber Amy kann ich mitnehmen. so. Hm hm hm. Runsch runter. Cargando! Ich weiß auch nicht warum es da steht. Ok, ist immer wieder drin im Spaß, der Ball und die Lampe ist natürlich weg, ok, griechen, oh oh, wo sind wir? Was passiert hier, oh no, 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 oh, no, no, wir können hier leuchten, ich weiß nicht ob es zu klug ist, aber probiere ich das noch mal, eh war das glaube ich ne F, F kann man leuchten, oh Spielzimmer, hier haben wir Buddy Oha, das ist wirklich tief, ich weiß nicht ob wir da lang wollen Oh Creep, ob wir da lang Wenn wir die Becken weg machen, ne tun wir nicht Ich würde mal sagen, Giovanni Bau Ja, das war klar, das war der Sterben Und zur Belohnung werden wir hier, zur Strafe werden wir hier geblendet Ok, hier können wir nicht lang Können wir hier irgendwas Hier hochklettern Das ist ein Fließband Das müssen wir mal hier hoch Irgendwie auf das Fließband bekommen Fragt mich nicht wie Das können wir nicht aufmachen So wird es doch nie was Ich habe mal die Box recht verschrieben Ich habe mal die Box recht verschrieben Von unten Unwahrscheinlich Was ist der Plan hier? Ok, wenn das in dem Tempos weiter geht Ist eine Tür, ah ok Oha, die Mente Oha, die Mente Oha, die Mente Oha, die Mente Das ist das gruseligste hier irgendwie Ok Ich meine hier ist das gruseligste hier irgendwie Hm Da kam, war ja reingerutscht Hier kann man nichts tun, hier kann man auch nichts tun Springen können wir auch noch nicht Tja Ich bin ratlos Auf die Schublade vielleicht Auf die Schublade vielleicht Und dann Hm Auf die Schublade Ich kann mal die an dem Ding hier zauern Und das hier mitnehmen Die Box Eine andere Box Die wir hier Wo drauf klettern könnten Hm Hm Jetzt kommen wir hier nicht drauf Und das Ding hier wegbewegen Und was ist Sache hier So Ok, ich kann erstmal nicht viel machen Sachen stapeln vielleicht, um da hochzukommen, das macht absolut gar keinen Sinn. Durch die Schranktür geht es weiter, das muss mir doch mal einer sagen. Das ist noch eine Schranktür, das durch die wir weiter können. Das Schranktür können wir jetzt nach oben. Oha, diese Mäntel. Schnellgeschrank wieder zu. Die Mäntel sind mir zu gruselig. Oha. Oha. Buddy, die Geräusche. Da ist irgendwas auf uns aufmerksam geworden. Das könnte sein, dass uns da etwas kriegen will. Sagen ruhig, das letzte Kappe, die wird noch gruselig. Oh shit. Na, ist der Platz zum Verstecken? Oh no, oh no, oh no. Wo soll ich mich verstecken? Mami. Ach ja, die suchen wir ja. Das Bild ist immer eine gute Weise. Da können wir rein. Durch die Bilder. Oder auch nicht. Ah doch, ich bin nur Bild drin. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das eine Tür, rein hier, eine weitere Tür Oh nein, macht hier die an Ah shit Jetzt kann ich mich nur zu verstecken hier Mamie Ach zu Schande Ich, 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 die Lüftung Schacht Kannst du das mit None werfen? Ich, ich, die Lüftung des ZDF für funk Ich, ich, die Lüftung des ZDF für funk Ich, die Lüftung des ZDF für funk Ich, die Lüftung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF, 2020